Grüß Gott, mein Name ist Rainer Holzrück. Du bist ja der Chef von der Stadt Biberach. Also ich habe da heute in der Bild-Zeitung was gelesen, dass die Berliner, die mit dem großen Bär, die sind natürlich weit überlegen unserem Biberli gegenüber, dass die jetzt Aktionen machen, dass die Schwaben, also so schnell wie möglich raus aus der Stadt befordert haben wollen und jetzt machen die auf die Busse drauf so eine Kampagne, die bringen die Schwaben, ich weiß nicht sogar vielleicht umsonst, auf den Flughafen. Auf welchen, weiß man nicht. Aber wir könnten sie doch brauchen. Könntest du mir als Chef der Stadt Biberach der Säge dafür geben, weil ohne dich mache ich nichts. Also Rainer, zunächst mal ist diese Aktion von den Berliner hart am Limit für uns Schwaben. Aber mein Säge hast du, dass du die Schwaben, die zurück wollen, wieder zurückbringst. Was für Firmen gäbe es denn, wo man denen anbieten könnte? Der Mund ein bisschen wässrig machen. Ja, hier Weltunternehmen, nicht nur in der Stadt, auch im Landkreis, aber jetzt mal auf der Stadt, in der Stadt Biberach, die Firma Böhringer Ingelheim, die Firma Liebherr, die Firma Handmann, die NBW, Vollmer, wir haben 26.000 Arbeitsplätze, wir können nicht immer gute Leute brauchen. Weißt du was, Chef, das mache ich. Ich hole sie zurück. Und Rainer, ich zähle auf dich. Kannst du auch.